Ann ist für mich eine ganz tolle Trainerin, ist eine ganz kraftvolle und lebende Frau. Ann ist ein Profi. Sie hat verinnerlicht, was Nia ihr gegeben hat und gibt es weiter. Mit der Schwedin Ann Christiansen kam Nia nach Deutschland, 1998. Sie war die erste Nia-Trainerin hier. Ihre Voraussetzungen ideal. Ausbildungen in Körpertherapien und schwedische Nationalschwimmerin mit 18 bis Olympia. Und dann macht Ann Nia zum Beruf. Nia bedeutet mir sehr viel. Natürlich ein Ort, wo ich mich spüre, meinen Körper spüre, meinen emotionalen Körper bewegen kann, ausleben kann. Ein Ort, wo ich mich verbunden fühle mit mir selbst, ganz tief und somit auch die Welt um mich. Ihre Nia-Ausbildung macht Ann Christiansen in den USA, bei den Nia-Gründern. Mehr und mehr Menschen entdecken durch sie, auch hier, Nia. Angibt Stunden und Workshops. Nia verändert ihr Leben. Mein Körper hat sich verändert. Ich bin entspannter in mir. Ich habe auch gleichzeitig eine Kraft, die ich früher nicht kannte. Ich habe mich ganz fantastisch ausleben können. Ich hätte nie die Tanzende Ann kennengelernt, wenn Nia nicht da wäre. Ihrem Hund Maichi ist Nia ziemlich egal. Und Ann's Mann Sören schätzt Nia zwar, hat selbst aber noch nie mitgemacht. Mich selber hat es nie gereizt, weil ich andere Sportarten bevorzuge. Ich brauche ein Matchgefühl und das macht mir nichts aus zu verlieren, aber ich muss wenigstens die Chance haben zu gewinnen. Und das habe ich bei Nia nicht. Für Ann allerdings ist Nia Gewinn pur. Ich kann Spaß haben, spielerisch sein, auch im Erwachsenenalter. Und das hat definitiv mein Lebensstil verändert. Der Drang nach der Ausbildung, es mit anderen zu teilen, hat mich allerdings so motiviert, es ging nicht anders. Ich konnte es nicht für mich behalten. 2003 beginnt an, Nia Trainer auszubilden. Ihre Begeisterung und Kompetenz weiterzugeben. Sie unterrichtet Nia Trainer aus der ganzen Welt. Jede Person kann sich dabei entwickeln, entfalten in einen geschützten Raum, wo alles erlaubt ist, wo ich auch nicht perfekt sein muss. Und das macht was aus mit den Menschen. Ihre Nia Intensive Ausbildungswochen sind offen für jeden, der Nia vertiefen will. Mit Ann Nia zu tanzen ist was ganz Besonderes, was Einmaliges und ich genieße jede Stunde. Ich finde, sie ist eine großartige Teacher. Also was sie vermittelt, kommt bei mir absolut an. Diese Mischung, dass sie nicht nur sehr kompetent ist, sondern auch einfach wirklich viel sieht, auch wenn es Gruppen sind von 20 Leuten. Ann ist international unterwegs. Sie bildet weltweit aus. Ich kann 30 Stunden im Flugzeug sitzen, aussteigen und ich sehe die gleichen leuchtenden Augen vor mir. Leute, die das Gleiche wollen, Freude an der Bewegung, teilen, spüren, tanzen. Doch Ann bleibt auf dem Boden. Ihre Basis, Nia selbst erleben. Ich werde auch älter und ich habe ein Gefühl in mir, dass Nia ein sehr gutes Anti-Aging-Programm ist für mich. Mein Körper ist stärker, flexibler, hat eine ganz andere Agilität und Vitalität jetzt als vor fünf Jahren. Nia-Stunden sind offen für jeden. Das ist Ann wichtig. Jedes Nia-Training ist besonders. Ein Erlebnis. Das ist alles, freie Wahl und wir kommen zusammen für eine 60 Minuten langen Event, die wie ein Live-Konzert ist, immer gut, immer high energy. Willkommen zu Nia mit Ann Christiansen. Auf annian.de oder anderswo auf der Welt.